Es war ja egal. Also, letztes Spiel für uns wahrscheinlich alle. Es hat mehr CVs, als es Zonen hat auf der Karte. Also insgesamt. Gut, ja. Ja, ich mach mal die Stelle. Soll ich? Ich hab die Boris Zonen. Ich sehe schon, ich bin ja 2.7 Zonen. Ja, lass mal zack, allein Boris. Was du bis links, ja, wir haben noch einen Spieler. Ja, du? Wo gehst du hin? Ja, rechts natürlich, offensichtlich, ja. Na gut, dann ping halt. Wenn du nicht pingst, dann wissen die andere ja nicht. Ja, ja. Okay, ich mach das alleine. Okay, zeig ich. Schau, was hier geht. Oh je, je, je. Das mach ich zum. Ist das hier eigentlich auf beiden Sachen? Ja. Ja, toll. Okay, ich bin so wahnsinnig und starte mir ein T90. Wann kriegst du was? No. Ja, komm, ich verzichte auf den T90. Entscheide sich! Ich will auch gleich mal wieder nach starten. Obwohl das geht tatsächlich. Ah, ich mach das mal. Ich mach den. Ich mach das mal wieder auf. Ah, ich mach das mal wieder auf. Ah, ich mach das mal wieder auf. HFGN, HFGN, offensichtlich brauchen wir auch keine CVs zu holen. Wo? Napschleidank. Ja. Es muss noch nicht denken. Motto, Motto. WFGN. Okay, zurück. Oh Gott. Also irgendwie ist A.G. irgendwann noch bei Folge C. Hm, kann sein, ja. Oder 11. Ja, vielleicht kommen elf ja bald raus. Ich dachte, ich hätte elf geladen. Ich habe elf geladen. O.T.W. Okay, dann kann ich ja mal auch mal schaue. Okay, dann kann ich ja mal schaue. Oh mein Gott, was ist das für eine Scheiße? Ernsthaft? Hm, das geht. WTF machen sie für eine Scheiße? Das ist doch eine gute. Oh mein Gott. 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 Das war's für heute. Automatik, Sparmann da verzieht. T90 macht mich glücklich. T90 macht mich glücklich. Das ist diese Clusterrakete von Army, falls du fragst was Attacken sind. Ja, das ist dumm. Super Sven, gut hast du es gemacht. Naja, das ist halt so. Das ist die viel besprochene Toleranz von Deutschen. Auch die dummen Menschen darf man ja nicht diskriminieren. Ich meine, jeder wird es verdienen. Ich meine, jeder wird es verdienen. Ich meine, jeder wird es verdienen. Ich weiß nicht. Ah, wer hat es auch gemerkt. Scheiß Tom Bradley. Autsch. Ach, die Scheiße sind das fiese. Ich weiß nicht. Ah, you got sped. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für Akten Ich kenne die Wälder ZDF für funk, 2017 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 Was ist das? Ha 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 ha! Drecksack! Störf! ... ... ... hahaha zwei attackems da geht er nicht getroffen so die Lima wirklich hier... oh shit Luftabwehr sollte ich ja ja ich verliege den T90 ich hab nur Ata kein Ding geschehen was ich mein schön ich habe... ich habe... ich habe... ich habe... t t t t hier t Oh, shit, der Mann, das ist ja wirst. Bastard. Das ist ein Schwein. Oh. Das ist ein Schwein. Das ist ja schon. Junge, wie die Attacom nicht verwecken wollen und die meinen die 100 Punkte geben ihm extra Nein, der ist nur sehr, sehr Armyhaft Ich hole gar nicht auf den Ich hole auch gar nicht der in die Zone Abzuziehen Ach so, das viele Arken Automatik erwischt Das war Sea Harrier noch gar nicht Seed Es ging gar nicht so schlimm Ich dachte irgendwie es war was anderes Irgendwie nicht so schlimm Es gibt nur einen Sea Harrier und der Seed Ja, ich sage es nicht so schlimm Ich frage jetzt eher was wir machen, dann mache ich mir kleine Punkte Zählen schon mal zum Früh Ich hole mich jetzt irgendwie nicht so schlimm Ich hole mich zu dir nicht aufsüberwärts Ich hole mich doch mal Ich hole mich jetzt in die Zone Jetzt auch mal wie meine scheißkommandos hier anstatt dass sie in dem häuserblock gegen sich ins fahrzeug gegeben haben ja halt oh 3 ist der mk1 so wie ich mir herkomme Die hat sich nach ihm halt ein bisschen mies gekümmt. Tschüss MLU. Oh, wird er nicht stirbt? Aber jetzt doch. Oh, das ist ein Schterpum. Das ist ein Schterpum. Der Ball hat sich in der Dekke und der Dekke hat sich das nicht mehr auf dem Weg zu erzeugen aber auch sicher Ich bin der Dekke und der Dekke Es ist nicht so, dass ich hier Ich bin der Dekke 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 Oh, das ist noch mehr im Kleins. Super retard. Super retard. Super Turk Das Ding! Die Schweine haben meinen Oh, das sind gleich meine Wigsten in der Mitte Es leben noch alle vier Oh mein Gott, Dive Force! Ja, okay, wir haben nur zwei Das gibt uns echt zu meckern Ernsthaft? Ich glaube, der ist echt schlecht Aber es ist knapp gegangen Oh, 1 zu 2 und Leo ist noch nicht stark Und ein Tank und Leo ist froh Und ein Tank und Leo ist froh Oh, Frederik Oh, Frederik Oh Oh Ah, daß auch mal ein Panzer Oh 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 Okayy okay What? Ist das im Ernst hier? Oh 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 Egal Es ist egal, ich gehe gehe Hm? Es ist egal, ich gehe gehe Hm? Es ist egal, ich gehe gehe Hm Hm Ist einfach so eine Definition Nein, schießt nicht auf den Verdammten 1-A5 Schießt auf den Leo Der Anderen Leo. Der Anderen Leo! Ich hätte damit nichts zu tun da oben.